Untergeladen. Jetzt, jetzt ging es bei mir. Nochmal, Neustart. Boah, ich kann hier so geil einsammeln gerade. Ja, ich sehe auch auf. Ich habe jetzt Team neu gestartet. Ja, der Lager-Bug ist nicht mehr. Geil, das ist gut, dass wir das so schnell gefixt haben. Das ist so gut. Oh Gott, irgendwer hat die Netze falschrum beide platziert. Oh, ich krieg's nicht hin. Ich krieg die neue Version nicht geladen. Es ist nur eins von beiden falschrum und zweitens sammelt das trotzdem ein. Das sieht aber nicht schön aus, Romatra. Ja, ich weiß. Team neu starten, Max. Team neu starten, Max. Im Epic Games Launcher kannst du einfach rechtsklicken und dann siehst du, neuste Version laden. Oder überprüfen und dann sagt er, es gibt keine neueste Version. Dann sagst du, okay. Oh, es gibt ein optionales Update, dann drückst du Ja. Wieso hat Steam das nicht? Hä? Steam sollte man nicht flame. Nee, Steam ist definitiv besser als Epic Games Launcher. Also in allem, was ich mache, ist Steam immer schlechter als Epic Games Launcher. Nein, 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 nein. Das ist bei mir. Ich kasse Steam doch so sehr. Ja, aber es ist in Ordnung. Keine Ahnung. Man muss ja auch Steam bedienen können, ne? Gibt doch... Ah, ja, ich weiß, es ist schrecklich, dass diese eine... Dass diese eine Netz falschrum ist, das fuckt mich auch richtig ab schon. Ich habe jetzt Team neu gestartet. Wo ist denn hier? Eigenschaften? Verwalten ist irgendwo neu. Ey, wir müssen das Floß größer bauen, Leute. Da kommen jetzt gleich richtig heftige Sachen. Das eskaliert jetzt. Ich tue jetzt wieder Spiele. Ja, ja, ich weiß. Aber ich habe nicht genug, ich habe nicht genug Stuff. Ja, Bro, ich habe, ich habe Stuff. Ich lege hier die Kiste, Romatra. Okay. Ich habe nur ein paar Planken und ein bisschen... Ich habe alles hier gelegt. Lagerbank ist... Oh, hast du viel hingelegt. Holy shit, Alter. Ihr müsst euch beeilen, Leute. Wir kommen an die nächste Insel gerade. Da müssen wir gleich wieder anlegen. Und den Hai fetzen. Ich brauche unbedingt auch Essen, ja? Nimm Essen. Henki, ich sage dir, du wirst gleich keine Essensprobleme mehr haben. Aber jetzt gerade ja noch. Ja, aber das löst sich jetzt gleich in Luft auf das Problem. Warum, warum? Weil, ich baue jetzt den riesigen Grill und dann kann ich alles braten. Oh, das ist gut. Aber ich habe doch jetzt gerade Hunger. Ja, und jetzt gleich kriegst du geiles Essen. Ich mache mal ein paar Kartoffeln drauf. Ich bin smart, solange ich mir Essen geholt habe, bin ich ausgelockt. Ich tue noch mal neun rohe Kartoffeln. Ja, let's go. Boah, guckt es euch an, was da für ein Ding draufliegt. Ein Riesenlachs. Oh, ja, ja, der leck, der schmeckt, Alter. Herrlich. Boah, die Netze sind auch schon Dinger eingeilen. Boah, was ist das für eine, Alter. Da müssen wir alle einmal abbeißen. Darf der Erste sein, der kostet, Kevin? Der mit dem größten Hunger, der muss da dran. Ja, ich kann nicht mehr rennen. Das war's. Ich habe hier ein Paket bekommen. Was ist das denn? Kletterpflanzenglibber. Kriegt man das, wenn wir Seetang einschmelzen? Ja, genau. Wenn du Seetang einschmelzen kannst. Dann können wir Flossen gleich herstellen auch. Ja, jetzt fällt dir doch endlich ein, wie geil Seetang ist, Bro. Ja, Seetang ist so OP, Alter. Ich habe auch noch Seetang. Und ich habe elf Stück gesammelt oder so. Elf Seetang. Das ist für jeden von uns ein paar Flossen. Ja, und ich lerne jetzt hier, guck mal, was da oben alles jetzt kommt. Jungs, die müssen zur Insel. Müssen wir zur Insel? Ja, das sind's denn. Bodenschätze. Peter, was ist da los? Stopp. Wo hat hier ein System? Rohe Sachen tue ich hier rein, die sind hier alle schon drinne. Haben wir noch einen Anker? Nee, ne? Der ist jetzt gone. Die rechte Kiste, da kommt alles rohe rein. Ja, das ist alles roh. Ja, die ist voll, die Kiste. Da fliegt ja aller mögliche Staff-Gunde rund. Dann darfst du den Leuten in die Fresse auch. Ich habe Steinen, ich habe Steinen, wie viel brauchst du? Ich habe es, ich habe es gerade hier raus. Hey, wer tut irgendwelche Items in die rohe Essenskiste? Das ist ja wirklich... Das war ja, warum hat er das zu bauen brauchte. Wer legt ein Paket? Anker ist, Anker legt Anker, legt Anker, legt. Super. Kann ich jetzt den Fisch essen? Ich sterbe. Solange wir stehen, kann ich halt das Floß nicht weiterbauen. Fisch kommt jetzt hier in die Kiste, Reepers. Guter Mann. Ich bin jetzt im Wasser, falls der Bock hat, den Hai mit mir zu töten. Ich schneck mir den jetzt weg, ja. Ich glaube, wir sollten gerade lieber Floß ausbauen, oder? Oh, der gibt gar nicht so viel, ne? Ich haue mir den ganzen Fisch rein, ja? Au. Ja, Leute. Ich kümmere mich um die Bäume zum Abbauen. Der Hai ist halt böse. Was willst du, Moin Max? Ich wäre für weiterfahren. Wir brauchen eher so Planken und Blätter. Ja, warte. Planken, Blätter kriege ich alles. Wenn ich jetzt hier die Bäume abbaue, dann kriegen wir das. Aber ich glaube nicht so viel, wie wenn wir einfach fahren würden. Also der Hai ist halt so. Glaube ich auch nicht. Umatron ist denn für weiterfahren? Ich kann eh nicht, Digga. Der Hai fetzt mich. Okay, Gruppenabstimmung. Wer ist für weiterfahren? Ich bin für weiterfahren. Umatron ist denn für weiterfahren? Ich bin für Kevin. Ja, okay. Dann lass uns das abbauchen. Ist ja nur noch eine Palme jetzt. Ganz entspannt, Jungs. Ich farm hier auch gerade Kupfer und so. Es ist in Ordnung. Also dafür die Sachen hier auf dem Boden zu farmen, ist in Ordnung. So, jetzt ist meine Axt eh kaputt. Die Musik ist so geil, hä? Du bist du mir echt leise. Wie mache ich das lauter? Ja, aber dieser Hurensohn-Hai wirklich nicht fix eine Mutter. Nee. Weiß nicht. Doppelte Treffer. Ich habe Wassermelonsamen. Ich habe so doll Hunger. Ich schwanke schon. Ja, nimm dir gleich hier den Fisch. Der ist gleich fertig, der riesige. Oh, hier ist eine fertige Kartoffel. Da nimm dir den Fisch. Oh Mann, hier ist noch eine. Oh, die habe ich mir gesagt. Die ganze andere. So, nächste wird gebraten. Sauber. Alter, fressen wir mal. Okay, legen wir wieder ab. Sind wir alle an Bord? Nein, ich bin noch nicht an Bord. Ich bin noch nicht an Bord. Ich nehme noch diese zwei Metallen mit, dann komme ich. Wenn die jetzt nicht voll sind, weiß ich auch nicht. Ey, Leute, links ist noch eine Insel, ne? Guck mal, mit Vögeln. Ich bin full, komplett. Hier hinten ist eine Insel mit Vögeln. Warte, sehe ich nicht. Das ist aber nicht in Z-Richtung. Oh, die ist richtig groß, die Insel. Ja, ja, die ist riesig. Das ist die größte, die wir bis jetzt gesehen haben. Dann hin. Segelwenden, Paddelwenden, let's go. Geil, gut gesehen. So, ich will eine größere Anbaufläche bauen. Dann können wir schon Ananas und Wassermelonen anpflanzen. Was, wir können schon die größte? Wer hat die erforscht schon? Was? Die größte Anbaufläche. Ich habe vorhin Nägel reingelegt, da war alles möglich bei. Das habe ich alles erforscht. Ich habe ihn abgebaut, sorry. Ich möchte ein Voting gegen Rumatra starten. Ja, wie denn? Der reißt hier die Öfen ab und manipuliert hier die ganze Arbeit. Rumatra. Das ist schlecht. Ich wollte uns für die Insel jetzt was vorbereiten. Fahren wir in die Richtung, wir sind auf der Stelle. Ich will nur einen einzigen Seetang gebraten haben. Dann mache ich gerade. Den habe ich da gerade hingelegt. Ja, und ich habe die Planken reingelegt. Krieg dich, du Arsch. Wer ist da so laut im Hintergrund mit Bestem? Boah, ist da mal viel drin. Boah, die Netze werden so geil später auch. Weil ich auch so schlecht werfe. Niemand wirft den Haken so schlecht wie ich. Ich bin mir zu. Wobei, der war schon stark. Was gelernt, Schrank. Recharschiert von Weebers. Weebers. Es tut immer so weh, wenn wir den Kurs ändern und das Säge falsch setzen. Dass wir so an 50 Fässern vorbeidüsen. Ey, wer ist hier so, dass er die ganze Zeit Wasser rausnimmt und nie nachfüllt? Wer macht das bitte? Ich habe seit Jahren nicht mehr getrunken. Hey, das ist so asozial. Also ich mache es zum Beispiel richtig super clean. Was will ich für ein Barbecue geben? Alter, ich kann einen bauen, oder? Alter, wir brauchen Metallbachern dafür. Wir haben zwei. Wir haben zwei. Kann ich die benutzen? Weiß ich nicht, jo. Gebt her? Alter, what? Wer hat Metallbachern? Wie, was? In der Kiste hatte ich zwei gelegt. Oh, wow. Hat jemand noch Schrott? Metallschrott? Ne. Ich habe ein bisschen was, ja. Ich lege in die Kiste. Ey, aber es ist geil, wie viel wir schon gemacht haben. Ja, ne, in der kurzen Zeit. Ja, ja. Es ist Wahnsinn. Wie dreht man den? Ich mache voll den Lachs. Zwei Grills sind besser als einer. Andern, das wächst. Ups, sorry. Die nächsten Wellen sind genial, die bewässern die Stuff automatisch. Hey, dumme Sau. Er hat uns kaputt gemacht, ich bin sauer, Jungs. Das ist doof. Krass, ey. Ich habe nochmal 80 Kartoffeln reingepackt. Ja, wir tuten hier so Mist in das Ding. Das ist, das ist rohes Essen. Äh, ich beobachte immer wieder Rumatra bei solchen Dingen. Das ist jetzt alles in meinem Inventar, weil das so jemand verlassen hat. Ich kümmere mich gerade nur um das, äh, ich verhungere die ganze Zeit und kümmere mich gerade nur um das Floß. Hier ist Essen, zwei Kartoffeln. Deswegen habe ich einen zweiten Grill gebaut. Das ist gut. Ja, mit zwei jetzt, wo können wir kommen? Ach, weil es regnet ist das, wie geil. So, und ich kümmere mich jetzt weiter. Rumatra, hier sind fünf Kartoffeln drin. In der Kiste. Ja, ich glaube, was trinkt jetzt. Scheiße. Das sieht alles sehr gut aus. Versuch so doll zu dieser Insel zu paddeln, ne? Wir haben noch einen Metallbarren hier. Du bist da hinten zu der Insel. Wir brauchen, glaube ich, noch eine Kiste, Leute. Am besten eine, wo wir die ganzen Seeds mal reintun können. Ja. Ich packe sie jetzt einfach hier in diese Kiste rein. Wie schwer ist, Nagel zu bekommen, machst du aus Schrott? Und Bolzen ist auch schwierig, oder? Wer hat meinen Metallbarren rausgenommen? Ich habe den in die Kiste getan. Hab ich doch gesagt. Ah, okay. In der Kiste. Ich hole jetzt noch mal ganz viel Fisch ran, ja? Treiben wir denn noch? Sammeln wir gerade Sachen ein. Was passiert gerade? Nein, nein, nein. Reapers will unbedingt zur Insel dahin. So der Großen. So lange fahren wir da schon hin, okay. Ey, aber guck mal, hier ist wieder Stuff bei uns. Ja, da ist tatsächlich wieder ein bisschen Stuff. Ey, ich habe hier Baupläne, Antenne. Was soll ich damit machen? Wegwerden. Ich habe die Kiste links. Die Kiste links. Ey, warte mal. Das ist dumm. Das ist dumm. Das ist die falsche Insel. Warum? Das ist noch überhaupt nicht dran. Das ist die Insel mit dem Greif. Guck mal. Ist doch egal, oder? Der tötet uns. Wir haben noch nicht mal Rüstung oder nicht mal Bogen. Nein, Mann. Späre, wir töten ihn wie Mann im Blatt. Wieder macht es jetzt einen Spär. Das ist noch gar nicht dran. Wieso wurde die uns überhaupt angezeigt, die Insel? Die wurde uns nicht angezeigt. Was ist denn sonst dran? Also das definitiv nicht. Wir haben keine Rüstung und keinen Bogen. Es gibt aber mehrere Insel mit Greifen, Bro. Und es kann auch sein, dass die Story sich ein bisschen geändert hat und die Reihenfolge. Muss ja nicht alles gleich geblieben sein, ja? Lust, das ist schon das Frühste, was wir machen können. Also es ist sicher nicht das Frühste. Es sind ja nicht auch diese gigantischen Wildschweine und alles. Oh Gott. Sicher? Alle bauen sich jetzt einen Speer. Ja? Ich bin auch hier der PvP-A-Förer. Wieso Speer? Wir können auch hier einen Bogen bauen. Kliver. Wenn wir einen Bogen schon bauen können, dann macht ihr euch einen Bogen. Ich weiß nicht, ob jeder einen Bogen bauen kann. Wir brauchen Eisen. Wir müssen eigentlich die ganzen Erze und so farmen noch, ne? Ich habe doch so viel Eisen gefarmt. Wo ist denn das alles hin? Ja, für die Öfen alleine und so ist das schon draufgegangen. Ich habe noch zwei Eisen auf Tasche. Wo habe ich denn gar kein Eisen? Ich habe noch eine gute Axt gemacht. Ich hole jetzt wieder da das ganze Holz gleich. Kocht hier nonstop Algen und sowas? Hier ist alles nonstop am Laufen. Sehr gut. Wir holen wir mal Planken rein. Richtig. Können wir denn noch... Wo macht man denn... Scheiße. Ich bin überfordert. Wir brauchen mehr Holz. Ja, wir müssen treiben. Wir haben lange kein Holz mehr bekommen. Ja, ja. Wir sammeln generell wenig ein. Mein Speer ist ja doch fast kaputt. Ich habe noch nichts, 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 nichts aus Betracht. Was ist das da oben? Wir müssen auch nochmal einen Anker bauen jetzt. Bau Anker? Ich suche gerade, wo der geht. Ich finde ihn nicht mehr. Doch, hier. Wir haben gar nichts. Wir müssen echt verlangt am Treiben. Nein, mach so aus Binger. G-Time muss abholzen hier. Ja, ich habe mir eine richtig gute Axt gemacht dafür. Das ist gut. Was ist das da links? Oben ist das eine kleine Hütte? Die ist neu. Nein. Da möchte ich hin. Na klar. Haben wir einen Anker wieder? Hallo, hallo, hallo. Habt ihr den Anker gesetzt? Achso, nee. Ich wusste nicht, dass ihr schon geht. Was denn das? Wir sind doch noch gar nicht... Ah, okay. Dann scheiße auf euch. Hast du geworfen? Ich habe keinen Speer. Hey, haben wir noch Essen gehabt? Ja, ich sag doch, sie haben Kartoffeln ganz viele. Die brate ich die ganze Zeit. Ich habe mir ausrichten, wir werden gebombt, wir werden gebombt, Leute. Oh, wer hat kassiert, wer hat kassiert? Au. Können wir schon eine Schaufel machen? Was ist denn das da oben? Oh, der Adler ist hier gelandet. Oh, der ist, glaube ich, sauer. Ich habe den mit der Axt einmal gehauen. Haben wir noch ein einziges Metall? Nee, ne? Schrott habe ich. Ich habe Metallerze, ja. Aber nicht gebraten. Noch auf dem Schiff? Nee, ne? Ich habe es in der Hand. Brauchst du? Ja, wäre schon... Ich brauche Holz. Ja, hier, nimm. Nimm, nimm, nimm. Komm zu mir. Komm rein in die Insel. Hab ein, hab ein. Alles gut. Gut, tschüss. Tschüss, super gemacht. Ey, man kann den Adler ja übelst dodgen. Echt? Ja, wenn er den Stein wirft, läufst du einfach die ganze Zeit im Kreis. Wartest du einmal kurz, wenn er den fallen lässt, dann läufst du zur Seite. Gut gespielt, Mann. Du hast richtig Angst vor dem gehabt. Ich weiß, wie stark der war. Dietheim, hier kann man deinen Fundamentzähler kaufen. Kaufen, bitte. Was? Kaufen, bitte. Was? Es geht nicht, geht noch nicht. Wir müssen irgendwie erst Handelsposten aufranken oder so. Der Adler ist gelandet. Tötet der gerade einen von euch? Du hast ein Bildschwein, ein ganz schön dickes, ne? Ja, das ist schlecht. Oh, muss ich in den Shop? Ich verfolge gerade einen Dodo. Bringt das schon was? Kann man nicht töten? Benötigt Müllwürfel? Was sind Müllwürfel? Alter, ich hab auch keine Ahnung, was Müllwürfel sind. Am Ende ist so ein Pay-to-win-das-Game. Guck mal, Handelsmünze. Einfach Bitcoin. Au! Der will ein Bitcoin von uns haben, Alter. Ich glaub, du hast scheiße in den Süd zurück. Any Melonen? Ich kenne Melone. Oh Gott, das Wildschwein. Mord- und Totschlagvereinbarung auf Wildschwein. Wer ist dabei? Ich werde gerade schon gejagt hier. Gut. Wildschwein. Wildschwein töten alle zusammen. Schaffen wir das safe? He's safe. Wildschwein-Tötung. Ich hab keine Waffe zum Töten. Ich sehe gerade, es gibt mehrere Wildschweine hier. Ja. Wir wollen hier ihren Hack, ihren Fleisch. Wir haben keine Rüstung und sowas. Ich hab mich mit dem falsch angelegt. Alle zusammen, dann besiegen wir den auch. Schaufel hab ich nicht, schade. Ananas-Samen, chillig. Das ist gut. Ich bin halt super low. Kommen sie hier irgendwie healen? Die Bäume farbt man sich ab einfach immer, ne? Ja. Ja, da sind nämlich so Früchte dran oder sowas. Keine Ahnung, was es ist. Lol. Adler hat mich versucht zu töten. Greif, Sohn. Okay, gehen wir mit Wildschwein alle zusammen attacken, oder was? Ja, ich komme. Wo lang? Mein Speer ist halt fast kaputt. Also, keine Ahnung. Haben wir schon eine Schaufel? Hier ist Dirt. Ah, das brauchen wir noch nicht. Das brauchen wir erst, wenn wir Tiere haben, ne? Alter, jung ist der fast. Ich bin durch die Hülle gelaufen. Oh, hier ist ja noch der ganz andere Anschluss. Ey! Kevin wurde attackt. Ich hab kein Speer mehr. Der chargte mal. Ihr müsst immer aufpassen, wenn der chargt. Immer von seiner Schnauze weg. Immer von seiner Schnauze weg. Pass auf, Kevin. Dieter, hast du zwei Planken? Oh, ich werde hier gerade von dem Dings angegriffen. Ich laufe weg. Der will dich immer noch. Der will dich immer noch, Kevin. Der Dodo ist hier. Oh, er hat mich. Ich bin keine Fangmaschine. Oh, er hat mich. Oh, er hat mich. Als Rainer. Oh, er hat mich nicht. Lass ihn noch töten, bitte. Guck mal, wenn du chargt, geht ihr an seinen Arsch. Dann kann er nichts machen. Tot. Gut gespielt. Oh, hier oben ist noch einer. Oh Gott, der hat mich getroffen. Der oben, mit dem hatte ich mich angelegt. Ja, da liegt jetzt noch großfleisch hier, bitte nehmen. Ich bin full. Hier ist noch großfleisch. Alarm. Hab's genommen. Super gemacht. Sehr gut. Also Rebirth, sehr guter Call. Klar, guck mal, der hat uns jetzt gutfleisch gegeben. Und der war auch easyclaps. Das war echt extrem gut. Hat niemand Holz hier? Hallo. Nein. Ich hab Holz. Ich hab drei Holz, drei Planken. Ich hab 23 Planken. Ich hab 23 Planken. Ich hab 2 für den Speer. Alter, gerade wieder ein Flashback bekommen. Ich hab gerade das gelesen und hab wieder Babyblume gelesen. Wie damals, könnt ihr euch erinnern? Wie diese das denn? Was ist eine Babyblume, hab ich gefragt. Wo ist das denn? Wieder Babyblume gelesen. Ja, was willst du? Holz immer noch. Ja, was willst du? Holz. Wenn du die Frage nicht verstehst, dann scheiß auch auf dich. Ja, 2 Holz. Danke. Gute Antwort. Hab ich die ganze Zeit gecallt und dann wirst du mir die Beere, die gelbe Blume da hin. Noch ein Wildschwein, noch ein Wildschwein. Auch töten. Wir wollen sein Fleisch. Wir wollen sein Hack. Hotplate. Stark. PvP-König. Wir dürfen auch nicht zu lange hier bleiben, dass sich das bewusst ist. Wir müssen auch noch um die Insel herum alles abbauen, ne? Ja. Da gibt's haufenweise Eisen und alles hier. Aber wenn man treibt, die haben jetzt schon die Netze. Man unterschätzt das nicht, ne? Ja, aber du kriegst ja, wenn du treibst, kein Metall und so, ne? Easy, bro. Leder. Leder ist halt bestimmt strong für später, für Klamotten und sowas. Rüstung ist Leder. Sehr gut. Und zwei Wildschweine gelegt. Guck mal, das lohnt sich doch safe. Was ist hier? Die war eine Kiste, die hab ich mit. Ey, ich hab schon sieben Bäume gefällt. Das ist so sick. Ja, sie sind noch voll viele Bäume. Was geben die denn immer alles? Holz, was noch? Hier ist eine scheiß Ziege, eine Drecksziege. Tot den Ziegen oder sammeln für Käfig. Und die macht uns Milch oder so ein Scheiß. Ja, ja, das wär nicht schlecht. Aber können wir doch nicht machen mit einer Insel. Du hast gelernt, Abfalleimer. Oh, für Romato. So. Romato Statement. Ich verhungere. Du bist am Verhungern? Boah, ich hab gerade, obwohl mir das Trinken gibt, so viele Mangos gegessen. Einfach nur, um mein Essen zu füllen mit denen. War doch noch so ein guter Baum. Ich bin hier aber auch schon Sand und Stein alles am Sammeln wieder, ne? Ja, das ist super. Brauchen wir Steine für irgendwas Wichtiges? Äh, das war noch nicht, ne. Die geben Mangos. Lecker Mango, Alter. Keiner, aber unser Floß ist. Lell. Da hinten, wo ich bin. Siehst du mich? Weißt du, wo ich bin? Ne. Hier auf die Spitze des Packs. Got it, got it. Okay. Insel ist so weit es geht. Ja. Der verfickte Greif, Alter. Nur drumherum, so Algen und so würde ich fühlen, wenn ihr die noch alle sammelt. Ja, dafür müssten wir den Hai eigentlich eher töten. Ja, wenn wir uns splitten, dann wird nur einer abgefuckt. Hier, Romatra, du hast Hunger, ne? Da einer kann und den Rest sammelst. Ja, ne, ich hab mir schon ein bisschen was gesnackt. Ah, okay. Ich hab noch Kokosnüsse. Ne, ich hab ein bisschen was hab ich schon gesnackt, aber gut. So, ich baue jetzt ein kleines Lager. Das ist nur für gebratenes Essen, ne? Das wird so doll nicht nur für gebratenes Essen benutzt werden. Doch, das wird. Ich werde daneben stehen, wenn irgendeiner da irgendwas reinräumt, dann. Ne, das ist wirklich sehr lost dann. Ja, okay. Ich bin mal gespannt. Du bist der Erste, der da was falsch reinräumt magst. Am Arsch, am Arsch. Ich muss mein ganzes Zeug irgendwo hinwerfen. Niemals beim rohen oder gebratenen Essen. Irgendwohin muss ich's tun. Hilfe. Du hättest dich gar nicht eingeschätzt, weil sonst bist du eigentlich mal sehr smart. Hilfe, Hilfe. Boah, es sind hier viele Seetangen. Oh, das sehe ich. Ja, wir müssen halt den Hai töten, der ist hier die ganze Zeit. Das ist geisteskrank. Geisteskrank, wie viel Seetangen hier ist. Das Seetangen-Paradies. Ich hab's gefunden. Tu's in die Essenskisse, Bro. Macht nix. Oh Gott, hab ich viel Seetangen. Ihr versteht's nicht. Oh my Gott, Romatra hat mich gebaitet. Er geht ins Wasser. Zum Hai. Ja. Ich geh da her, weil ich denk, komm, wir fetzen den. Achso, ich wollt den nicht. Du springst raus. Der hat noch 1 HP. Ich wollt den nicht fetzen. Ich hab 1 HP. Ey, ey, hier ist so ein Explosiv-Fisch oder so. Hat der nicht irgendwas Geiles gebracht? Puffer-Fisch, ja, die sind wichtig. Für was? Ich weiß nicht mehr was, aber ich weiß, dass das extrem wichtig war, die zu töten. Ja, ne? Ne, musst du mal die töten? Er hat Selbstmord gemacht, leider. Und nun? Ah, man kann nur mit Pfeil und Bogen töten, das weiß ich noch. Okay. Ja, wir können die jetzt auch anpflanzen hier. Ja, ja, ich weiß. Ich pflanze die schon an. So einander sagen sie mit der Stärkste, was du mit ihm kannst. Ähm, hat wer Bretter? Ich brauch ein paar Bretter. Na gut, dann hau ich mir die Kartoffeln und rein hier. Ja, kann ich dir gleich gehen, warte. Ja, ja, ich mach das. Mach das. Hey, die Möwe, jagt die Möwe, die, die, die. Weg da mit euch. Zwei Möwen, oh Gott. Double Möwe. Was hier nicht. Oh, die haben eine Ananas gefressen. Wie viel Turm brauchen wir noch? Immer, immer unendlich eigentlich, also. Aber wir sollten jetzt noch lieber weiterfahren. Hier, Planken sind in der Kiste hier, Romatra, in der Mitte, die. Ja. Hm, geil. Und hier hinten, die Kiste, die neben dem Grill steht, da ist Essen drinne für euch. Warum hört sich das Wasser hier so komisch an? Also ich sag mal, ich hab... Heil, greift das Boot an. Oh Mann, er hat es kaputt gemacht. Das ist so nervig. Also ich kann hier auch nicht alles machen jetzt. Korrekt. Was passiert, wenn man keine Luft mehr hat? Stückt man ein Instant oder was passiert? Kriegt man ein Damage over time? Ja. Damage over time, ja. Okay, Jungs, aber soll ich euch mal was sagen? Und das werdet ihr mir noch danken. Ich hab zwei Stacks Seetank. Das ist so stark, ne? Das ist so mächtig. Der Glimmer wird anders knallen später. Ich kümmere mich jetzt um die Flossen, aber ich bräuchte mal so einen eigenen Schmelzofen, um den ich mich kümmere, weil die Öre sind irgendwie mal voll und da passiert nichts. Wir brauchen locker für fünf Leute fünf Öfen, die rund um die Uhr laufen. Kein Witz. Aber wir müssten langsam weiterfahren. Ja, wenn wir jetzt hier die Öfen betreiben wollen, mehrere, dann sollten wir lieber hier bleiben, weil das ist eine riesige Insel. Das heißt, da gibt es viele Ressourcen drumherum, wie Ton und alles. Und die sollten wir jetzt erstmal abfarmen. Ich würde eher sagen, wir töten jetzt einmal den Hai und dann fahren wir wie bekloppt die Insel drumherum ab. Weil das ist ja der Stuff, den wir jetzt brauchen. Also Öfen ist schon echt OP, also das kriegen wir auch nicht durchs Treiben. Dann lass den Hai töten. Wie braucht man denn noch einen Ofen? Wir brauchen noch mehr Öfen tatsächlich. Ja, das heißt, wir müssen Sand und Ton ohne Ende bekommen. Ton und Sand ist hier ohne Ende. Können wir nicht den Haifischköder bauen und dann den Hai einfach töten, während der den frisst? Der Hai ist echt nervig. Ich weiß nicht, aber wir können auch einfach zu fünft mit einem Speer rein und der stirbt. Ja? Ja klar, Alter. Okay, dann komm. Komm, okay, komm. Ich bin am Fluss. Wer macht da Stiche? Wie baut man nochmal einen nassen Ziegel? Trimax macht Stiche. Ich bin da. Zack, Hit. Der hat schon zwei Hits von mir. Chat. Jetzt kann ich ihn nicht mehr sehen. Hilfe. Ich sehe ihn auch nicht. Wo ist er überhaupt? Wir sollten als erstes jetzt für Metall uns einen besseren Haken holen, aber damit können wir alle viel, viel schneller farmen. Oh. Versteht ihr das? Ja. Gut. Ich kriege ihn gar nicht getötet. Also null. Wo sind die Essenskiste? Ich mache groß Fleisch da rein. Können wir jetzt zusammen jetzt klappen gehen? Ich bin die ganze Zeit dabei. Ich habe ihn nicht einmal erwischt. Es ist nicht genügend Plastik da, dass ich mir einen Dings machen kann. Ich ziehe ihn halt auch gar nicht. Wo ist der überhaupt? Die ganze Zeit unterm Floß. Seit einer halben Stunde circa. Und der stößt hier immer wieder um den Stein. Jetzt kriegen wir den noch mehr. Jetzt reicht es mir. Ich mache keinen Schaden mit der Axt. Ich kotze. Und der steht den aber auch immer hin. Der übertreibt voll seine Lage. Den kann man nicht so leicht töten, wie Dings gesagt hat. Doch, doch. Wir haben den da vorher schon getötet. Mann, warum, wohin mit dem? Ich habe immer noch keinen Holzspeer. Wir zocken seit zwei Stunden, ich habe keinen Holzspeer. Warum machst du denn keinen, hä? Ich habe nie die Ressourcen gehabt. Jetzt habe ich was. Holzspeer sind noch zwei Holz. Jetzt bin ich alleine den Hai am töten. Ja, ich bin doch gelangweilt irgendwie von ihm. Was soll ich dir sagen? Der Hai tötet mich. Ich bin alleine am Hai töten. Das war kein guter Call, dass du sagst, man kann ihn einfach so töten. Das ist gelogen. Doch, kann man. Mann, Mann. Ja, er stört doch die ganze Zeit weg. Ich habe nur... Mann. Er stört doch die ganze Zeit weg. Ich habe keinen Space. Ich brauche Plastik. Ey, fick dich, Möwe. Wieso kann man ihn doch nicht töten? Das ist das Schrott, was ich gebraucht habe. Ich fasse es nicht. Ich erstelle mir mal selbst ein kleines Lager für wirklich Muchsachen. Um meine Meta zu lernen hier. Ich tue das Ganze an die Seite. Ist so viel Stuff, ich muss es jetzt einfach machen. Ohne zu sortieren, damit ich den Hai jetzt einfach mal schlachten kann. Reicht mir nämlich auch. Ich bin leicht vor, ich bin ein One-Shot. One-Shot. Das war's. Rosa. Jetzt reicht es mir. Jetzt töte ich ihn. Er ist wieder nicht unter... Immer wenn ich sage, er ist unter dem Fluss, gucke ich da hin und er ist nicht da. Scheiße, der ist zu hart. Dich. Dich. Wer macht hier was mit den Kartoffeln? Das ist G-Time schon wieder. Ich erwische dich jedes Mal. Ja, wieso? Ich kümmere mich da drum. Ach so, nee, nee, das mache ich. Er hat vier Stiche von mir bekommen. Elf Kartoffeln sind drin. Die sind schon seit Stunden fertig. Ja, da ist ein System drin. Die müssen alle gleichzeitig fertig werden. Dann hat man es leichter mit dem Ernten. Okay, er hat von mir acht Stiche bekommen. Wie viel habt ihr ihm gegeben? Guck mal in die Kiste, wie viel Essen ich hier schon zubereitet habe, weil ich mich um alles kümmere. Sauber. Das ist sehr gutes Essen. Das ist echt viel Essen. Ja, weil ich mich die ganze Zeit drum kümmere gerade. Wir schreiben seit einer halben Stunde nicht.